Das ist nur lichtge... AAH! Scheiße! Oh mein Gott, was zur Hölle? Aldemar HD Toll Hey Leute, hier ist der Aldemar mit... Syndrom. Weiter geht's. Und zwar habe ich hier eine Keycard. Die heben wir jetzt auf. Und es ist... Kein Script geschaltet. Okay, ich dachte jetzt so... Und wir haben so'n Monster müssen uns verstecken oder so, aber... Oh Gott, nein, das ist nur die Tür. Mein Gott, damit fängt's immer an. So, wir haben die Zugangskarte. Jetzt können wir gehen. Wir haben die Knochensäge, wofür wir die auch immer brauchen. Was, was? Was, 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 was? Oh, was ist das hinter mir? Ah! Mein Typ ist auch voll am abfacken, ey. Ich kann da nicht rein. Scheiße! Scheiße! Oh, Alter, ich wusste es, ne? Ich wusste es. Hm... Irgendeiner ist hier. Scheiße! Ich bin bewaffnet! Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Schnell speichern! Oh, das ist wichtig. Woah! Okay. Machen wir mal oben wieder an. Spiel überschreiben. Ja! Schließen. Okay. Syndrome! Ich hasse dich! Syndrome! In dem Raum war ich noch gar nicht. Der hat keinen Kopf mehr. Patient tot. Er ist Totschimm. Verbandskasten nehmen. Okay. Was haben wir denn hier? Mhm. Aha. Ein Fuß. Und eine Hand. Braucht ihn nicht mehr. Oh, was ist das denn hier? Nova Corps. Welten bauen. Achso! Das ist sowas für die Weyland-Yutani. Building better worlds. Also es kommt mir echt so vor, als wenn die hier ein bisschen Alien-Isolation versucht haben nachzumachen. Schon ziemlich nach Alien-Universe. Alien-Universe! Alien-Universe! Wofür braucht ich nochmal die Zugangskarte? Ich hab's vergessen. Komm da nicht durch. Wofür braucht ich die denn nochmal? Ich hab's vergessen. Wie kann ich denn mein Journal aufrufen? Steuerung. Maus. Nein, Controller. Hä? 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 Ja, okay. Dann halt nicht. War das hier irgendwo? Ich muss mich da mal dran gewöhnen. Ich weiß nicht mehr, was das hier war. Overcore-Systeme. Ja, hier war ich doch. Hier war doch noch irgendwas. Tür aufgeschlossen. Na, ich wusste es doch. Ich bin der Beste. Einfach der Nase nach. Das ist das Raumschiff, ne? Okay. Äh, Speiche freigeben. Speicher. Tja, ich glaube... Der Generator ist wieder an. Wuh! Warte! Gehen zum Technikraum Deck 4. Okay, ich glaube... Irgendwas läuft jetzt wieder. Wir können jetzt zurückgehen. Aufschrauben. Jaden? Jimmy? Is that you? I released the engine clamp. I know. Good work. Listen, you need to be careful. The crew is... changed. Looks like everyone went insane. They're not just insane. Something changed them. They're barely human anymore. And you also need to be on the lookout for the ship's automated defenses. Everything seems to be out of control. I don't understand. Just be careful. Wait, Jimmy! Damn it! Oh, Mann, ey. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas funktioniert. Nein! Wo ist der? Bob, Bob? Bob? Ah, scheiße. Deck 4. Speichern und zu Deck 4. Speichern und zu Deck 4. Mehr wollten wir sowieso nicht tun. Speichern und zu Deck 4. Sehr schön. Ich dachte, ich stelle da einen Fahrstuhl. So, Deck 4. Ah. Gut. Erhalte deine Munition für die hartnäckigsten Gegner. Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind die an, oder was? Weil ich hier Strom angemacht habe. Scheiße, ey. Oh, scheiße. Hat man hier nicht schon ein paar Räume, die irgendwie wegen Strom zu waren? Hätte ich jetzt mal reingehen können. Ich würde jetzt gerne mal eine Waffe finden, oder so. Okay. Gehe zum Technikraum 4. Was, da lang? Oh, das ist gruselig. Wo gehe ich denn jetzt lang? Okay. Oh nein. Kann ich die jetzt schon zerstören, vielleicht? Ne, es geht nicht schade. Wäre natürlich sinnvoll. Jetzt laufe ich im Kreis, oder? Ey, ich kann die schon wieder speichern. Ey, ich sollte mal öfter umgucken. Immer wieder speichern. Sonst würde ich gerne F5 drücken, aber das geht ja nicht. Leider. Das ist abdrehen. Druck bildet sich. Oh. Oh Mann, das ist alles ziemlich abgefahren. Da waren wir schon. Da waren wir schon. So, ja. Hier sind wir reingekommen. Da kommen wir nicht durch. Wir brauchen eine Hand. Vom Ingenieur. Da kommen wir auch nicht rein, weil verschlossen. Ich brauche Sicherungszugang für die Tür. Okay. Sicherheitszugang. Technik-Raum. Oder Technik-Raum. Ne, ich brauche die Hand. Da komme ich nicht rein. Das ist Licht. Oh, hier sind immer viele Schränke. Ich würde mich da auch drin verstecken können, ey. Was ist denn hier mal los? Da sind immer Regale drin. Kannst du hier einen Datendisk einführen. Disk einführen. Ich habe aber keine Disks zum Einführen. Okay. Hier ist auch nichts. Syndrom. Oh, Syndrom. Wo bist du denn da? Den Disk. Oder Hand. Das geht nicht auf. Okay. Können wir ein bisschen laufen. Hier ist ja noch nichts. Das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Ausdauer lädt sie auf. Das geht nicht auf. Da kamen wir her. Dann gehen wir da lang. Ich darf nicht aufs Kabel laufen. Oh Gott, ey. Da geht es, glaube ich, einmal ums Schiff. Okay. Oh, hier ist auch ein Raum. Was ist das denn hier? Transponder. Konsolenzugang. Abfluss. Systemfehler. Zugang. Protokolle. Log 1. Im hinteren Stabilisatorraum war eine Gruppe der Marine, als ich vom Mittagessen zurückkam. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber das ist nicht akzeptabel. Seit der Käpt'n sich nicht mehr dafür interessiert, scheint, werde ich das dem Unternehmen berichten, sobald die Kommunikation wieder aufrecht ist. Die Feldstabilisatoren haben schon wieder versagt. Der hintere und der vordere Stabilisator müssen innerhalb einer Fehlergrenze von 2% eingestellt werden, damit die Stoßoptimierung bei 100% liegt. Einer Fehlergrenze von 2%. Wir haben die neuen Proben zum Labor geschickt. Sie werden uns die Resultate in ungefähr 48 Stunden zukommen lassen. Was für Proben. Eine Ahnung, geht nichts. Oh, guck mal, hier ist ein großerer. Großerer. Schichten verwalten. Diaz ist in Detention. Wenn er in den Seiten lockert ist, kann ich ihn nicht hinbekommen. Vielleicht kann ich den Akzessin in der Sicherheitsaufgabe bekommen. Was? Verstorben, vermisst, inhaftiert. Ich soll zum... zum Knast. Systemanlustrator konnte ich hier suchen. Diaz. Okay. Text, Dokument. Der Fasch ist schon wieder kaputt. Musste durch die verdammten Lüftungsschächte klettern. Mal wieder. Fast bin ich gefallen und hätte mir das Genick gebrochen. Mal wieder. Warum bauen die hier keinen zweiten Zugang für alle Stockwerke in diesen Schiffen? Keine Ahnung. Können sie ja mal beschweren. So, wo soll ich jetzt hingehen? Äh, ah. Finde Diaz in der, äh, im, in der Gewahrsam. Die Übersetzung. In der Gewahrsam. Deck 5. Erlange Zugang zum Knast. Überprüfe Sicherheitsbüro. Ja, wahrscheinlich ist das Diaz halt. Da können wir nicht rein. Na gut. Dann ist das so. Bam, 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 bam. Nochmal abspeichern. Hm. Sehr gut. Okay. Hm. Ach man, wie da oben ist egal. Okay. So, dann gehen wir jetzt wieder, äh, aber wie soll ich denn? Der Gewahrsam, der war auf der Krankenstadt. Oh Gott, das schreckt mich doch nicht so. Komm, wir gehen mal hier lang. Sind wir hierher gekommen? Ja, schieb. Ach hier, guck mal, da wollte ich durchgehen. Wie lustig. Hehe, wie lustig. Ach, und wir sind noch auf Deck 4. Finde Diaz. In der Gewahrsam. Deck 5. Und erlange Zugang zum Knast. Überprüfe Sicherheitsbüro. Hä? Hä? Wir waren doch im Sicherheitsbüro gerade, oder? Komm, wir gehen nochmal zurück. Beides verwirrt. Security Office. Security Office. Da waren wir doch drin. Oder nicht? Äh, hinterer Stabilisator. Technisches Büro. Das ist das Technical Office. Aber es kann auch scheiß übersetzt sein. Finde Diaz im Gewahrsam. Gehe zum Technikerraum. Deck 4. Ja, hab ich gemacht. Ich drück hier nochmal drauf. Ich drück nochmal auf alle Knöpfe. Bevor ich hier nicht mehr hinkomme. Oh, Entschuldigung. Okay, egal. Inhaftiert. Ja, schön. Wo ist denn der Knast? Gehen wir wieder rüber zur anderen Seite. Bam, bam, bam. Balam, bam. Okay. Technikerraum. Da kommen wir nur rein mit der Hand. Das ist normal. Maschinenraum. 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 Okay. Okay. Oh, ich seh doppelt. Ne, da ist er. Okay, warte mal. Wir können. Guck mal, wie langsam der ist. Nein, 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 nein. Ist er jetzt gelaufen? Oh Gott. Ach, nein, der läuft gar nicht. Guck mal, du bist ein bisschen behindert. Da brauche ich doch keine Angst vor. Guck mal, wir können jetzt hier reingehen. Ja, ist okay. Ich habe es verstanden. Ich habe es jetzt auch bemerkt. Wo soll ich denn hingehen? Ich meine, der kann doch nicht so schwer sein, oder? Scheiße. Okay, erst blocken, dann angreifen. Okay. Blocken. Ah! Nein! Ja, ich muss treffen. Ah, scheiße! Ich wollte es probieren, ey. Oh! Ist okay, du bist gestorben. Ach, nein. So war es auch. Die sind schon ein bisschen scheiße. Was soll ich hier machen? Ich muss den irgendwie da rauslocken, glaube ich. Ähm. Die Räume sind auf jeden Fall jetzt offen. Jetzt kann ich da lang gehen. Ich muss den da weglocken und dann gucken, wie wir da reinkommen. Ich musste jetzt ausprobieren, ob wir den plätten können. Gewahrsam. Genau. Habe ich jetzt hier... Genau. So, jetzt gehen wir wieder da rüber. Achtung, jetzt nicht erschrecken. Achtung, das Licht geht aus, Aldemar. Achtung, das Licht geht aus, Aldemar. Und... Der ist er! What the fuck? Geht das eigentlich auf? Ja. Verfolgt er mich eigentlich permanent? Hat er mich schon verloren? Oh, ich bin schon wieder übers Kamel gelaufen. Mein armes Herz. Ja, der findet mich permanent. Wo soll ich denn hingehen? Wohin soll ich denn, Junge? Hier war ich schon drin. Okay, okay. Get out of there now. Wir haben ja dieses... Ach, scheiße. Mein Ausdauer ist voll am Ende. Das geht auch nicht. Au. Okay, okay, okay. Wir gehen woanders hin. Wohin denn? Was soll ich tun? Komm, wir laufen einfach mal weg. Gehen. Gehen weg. Laufen ist Luxus gerade. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Na, 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 na. Ich kann mich nicht verstecken. Ab wann lässt er mich in Ruhe? Verfolgt er mich eigentlich permanent? Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ja, er sucht mich permanent. Egal, wo ich hingehe. Das fühlt er mich so oder so. Ja. Ja, ist okay. Ja, ja. Tönte mich. Wichser. Das ist doof. Das gefällt mir eigentlich nicht. Also, der weiß permanent, wo ich bin. Ah, gut. Was mache ich denn da? Weggehen. Deck 4 5 Ja, okay. Probieren wir das aus. Wir sind ja jetzt auf Deck 4 Wir sind auf Deck 4 So, der Beppo kommt jetzt. Achtung, holen wir nochmal. Nicht aufs Kabel laufen. Und gehen dann einfach. Wow. Wer ist er hier? What the fuck? So, okay. Zurück. Angriff blocken. Wir gehen einfach. Anscheinend müssen wir das ja. Was? Die Tür ist zu. Na toll. Okay. These things are coming. Der hat von mehreren gesprochen. Komm jetzt noch mehr. Oh Gott. Schreck mich doch nicht so. Ey, das ist zu. Ich muss gegen den kämpfen, oder was? Oder ich muss den in die hintere Ecke locken und dann zu diesem Computerraum gehen. Das könnte ich machen. Der ist auch schon. Dann machen wir das doch. Und los geht's. So, wir haben genug Zeit. Ich meine, der ist so langsam. Dann können wir doch dreimal die Computer hier checken. Mann! Ja! Ah! Das sind noch mehr. Es sind echt noch mehr. Es sind noch... Oh Gott! Jetzt, jetzt hab ich Angst. Ah! Okay, okay, okay. Hab ich jetzt die Türen aufgeschlossen? Ich weiß es doch nicht. Run to the elevator. Now! Oh, es geht. Gott sei Dank. Leute! Meine Güte! Oh Gott! Oh Gott! Von wegen. Oh, die sind doof. Was? Oh, die können doch gar nichts. Ja, ja, genau, ey. Und dann kam die Pussy aus mir raus, ey. Ha, ha, ha. Leute! Wir speichern jetzt ab. Das war wieder eine Folge Syndrome. Jetzt müssen wir grad noch gucken, was, ob der Typ noch was sagen will. Sonst sprechen wir jetzt. Ai, ai. Ah. Ah. Do you think I'm all right? What the hell were those things? The crew. You saw the crew. What? Those things weren't human. They were human. Many were killed. But most of the crew was transformed into what you just saw. But how? Transformed? What are you talking about? It all started after the soldiers arrived. They brought something with them. An artifact. The crew went insane. Some more than others. Then the killing started. I've been hiding since then. This is a nightmare. I don't understand any of this. It's not possible. We need to get out of here. That's what we're trying to do. We can do it together. Together. Das war's schon? Na gut, okay. Die hören immer mittendrin auf, wenn die irgendwas erklären wollen. So, abspeichern, Leute. So. Ich bin überschreiben. So. Bis zur nächsten Folge, Syndrom. Haut rein, Leute. So. Tie-to. So. 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 Bis zum nächsten Mal.